Das Leben ist wie eine Fahrt, bei der man lernen muss, mit dem, was es gerade bringt, umzugehen. Aber manchmal scheint das Leben schneller gehen zu wollen als ich. Deswegen fliehe ich von meiner Routine und finde mich in einem weit entfernten Land wieder. Und so tauche ich in Westafrika auf, in Gambia und Senegal. Auf meiner Reise entdecke ich nicht nur eine neue Kultur, die mich bereichert, sondern auch meinen afrikanischen Ursprung. Obwohl unser Aussehen verschieden ist, sind wir uns im Grunde doch alle sehr ähnlich, denn wir sind ja alle Menschen. Warum bekämpfen wir uns gegenseitig? Oh ja, abang batu, ayun, bien, backani, ayun, bien.